Leute, ich habe mir wieder den viralen Schmetterlings-Ohrclip aus Asien bestellt, allerdings eben besser. Und zwar funkelt er jetzt nicht nur mehr im Licht, sondern er ist auch individuell verstellbar. Das heißt, für Leute, die ein bisschen größere Ohren haben, ihr könnt das einfach auseinanderziehen. Oder wie ich zum Beispiel, die ein bisschen kleinere Ohren haben, ihr könnt das einfach so zusammendrücken. Und das draufmachen geht innerhalb von ein paar Sekunden. Und vor allem für alle, die keine Ohrlöcher haben, das ist ein definitives Muss. So, wenn ich das Gefühl habe, dass die ein bisschen zu groß sind, kann ich das einfach hier zusammendrücken. Und das Coole ist, ihr könnt sogar die Schmetterlinge hier ein bisschen in euer Ohr drücken, dann hält das auch viel, viel besser. Oh mein Gott, Leute, das sieht einfach so kass hübsch aus. Ich bin so in love. Gönnt den euch, Leute, Limited Edition, deswegen haut rein.